Hallo und herzlich willkommen zum positive Affirmation-Podcast von High Energy Mind. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Philipp und in der heutigen Folge dreht sich alles um einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Denn für viele bedeutet der Beginn eines neuen Jahres, sich auch mit den eigenen Zielen auseinanderzusetzen. Vielleicht möchtest du dich für etwas Neues motivieren oder eine alte Gewohnheit ablegen. Dennoch sind unsere guten Vorsätze häufig schon nach kurzer Zeit wieder vergessen. Damit dir genau das dieses Jahr nicht passiert, findest du im Blogbeitrag zu dieser Folge 7 wirksame Schritte, mit denen du alle deine Ziele erreichst. Du findest den Artikel der Woche in unserem Blog auf www.highenergymind.com Auch Affirmationen sind optimal geeignet, um dich bei deinen Vorsätzen für das neue Jahr zu unterstützen. Motiviere dich selbst, indem du deinen Tag mit positiven Affirmationen beginnst und dich auf das konzentrierst, was du erreichen willst. Alle Affirmationen dieser Podcast-Folge kannst du in unserem Blog in Ruhe nachlesen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst und eine Bewertung schreibst. Du findest die Folgen jederzeit bei Spotify, bei Apple und Google Podcasts und auch kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Starte mit positiven Affirmationen in das beste Jahr deines Lebens. Und jetzt hol einmal tief Luft und lass uns anfangen. Ich freue mich auf das neue Jahr. Das neue Jahr wird das beste Jahr meines bisherigen Lebens. Ich freue mich auf Monate voller Fülle und Erfolg. Ich bin offen für Veränderungen. Ich bin bereit, mich neu zu erfinden. Ich habe Vertrauen in das Universum. Ich begrüße jeden Tag mit Hoffnung, Begeisterung und Mut. Ich bin offen für neue Möglichkeiten. Ich bin bereit, aus meiner Komfortzone herauszutreten. Ich bin fest entschlossen, meine Ziele jetzt zu verwirklichen. Ich bin bereit, loszulegen. Ich bin bereit, oszubekommen. Ich bin bereit, loszulegen. Ich blicke voller Hoffnung in die Zukunft. Ich habe die Fähigkeit, meine eigene Realität zu erschaffen. Ich weiß, dass ich alles erreichen kann, was ich mir vornehme. Der neue Monat wird einer der besten des ganzen Jahres. Ich freue mich auf das neue Jahr. Das neue Jahr wird das beste Jahr meines bisherigen Lebens. Ich freue mich auf Monate voller Fülle und Erfolg. Ich bin offen für Veränderungen. Ich bin bereit, mich neu zu erfinden. Ich habe Vertrauen in das Universum. Ich begrüße jeden Tag mit Hoffnung, Begeisterung und Mut. Ich bin offen für neue Möglichkeiten. Ich bin bereit, aus meiner Komfortzone herauszutreten. Ich bin fest entschlossen, meine Ziele jetzt zu verwirklichen. Ich bin bereit, loszulegen. Ich blicke voller Hoffnung in die Zukunft. Ich habe die Fähigkeit, meine eigene Realität zu erschaffen. Ich weiß, dass ich alles erreichen kann, was ich mir vornehme. Der neue Monat wird einer der besten des ganzen Jahres. Ich bin bereit, mich zu erinnern.